Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen an diesem Karfreitag. Das Robert-Koch-Institut meldet 156.864 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind mehr als 18.000 weniger als noch vor einer Woche. Auch die Inzidenz sinkt weiter auf nun 1.001,5. Die Hospitalisierungsrate gibt das RKI mit 6,4 an. Weitere 310 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Hospitalisierungsrate gibt das RKI mit 6,5 an.